So, jetzt testen wir mal keilvernietetes Flachringgewebe und dahinter ein Zentimeter dicker Gambeson, mit Wollfilz hier gepolstert. Denk steht frei, also kann es wegfliegen. Den sollte ich schon mal wegkippen. Oh, kaum Beschädigung. Man sieht, naja wo ist es jetzt, ich find es jetzt ja auch nicht. Ist irgendwo eine Beute. So viel zu dem Thema, dass es nicht weg kann. Er ist schon wieder ein Stück zurückgekommen. Er durchschlägt. Er springt einfach die Ringe auf. Der Einring ist aufgesprungen. Der Typ hat auf jeden Fall überlebt. Oh, mein Pfeil. Nein, ich mach hier die Pfeilen aus. Ah, shit. Ich weiß doch mal die Pfeile nicht mehr besonders gut. Rausziehen? Weil die in den Ring stecken. Na du. Kann man es erkennen. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall auch... Man sieht es ja nicht. Es ist auch durchgegangen. Ja. 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 Ja.